Musik Herzlich Willkommen auf der Light & Building, heute Tag 3. Ich bin Julia Cetsch. Mein Name ist Tim Frühling. Ich werde mich heute mit der Frage beschäftigen, wie teuer wird die Energiewende eigentlich für die Privathaushalte? Und ich mische mich heute mal unter die Architekten. Los geht's! Viel Spaß! Die für den IIT Award eingereichten Projekte sind hier auf dem ganzen Messegelände ausgestellt. Das heißt, wenn Sie mal an so einer Fotowand vorbeikommen, dann bleiben Sie ruhig mal stehen und gucken Sie. Es sind echt interessante Sachen dabei. Zum Beispiel dieses neu gebaute Sensorikstudio in Weinsberg. Praktisch der Gipfel der Schlichtheit muss aber auch so sein, denn hier werden künftige Weinverkoster ausgebildet. Also keine ausgefallenen Farben, keine ausgefallenen Formen, denn das lenkt ja alles nur vom Wein ab. Studieren wie ein König heißt das offenbar an dieser Universität von Abu Dhabi, denn inspiriert von den fließenden Formen der Wüste wurden hier die Hörsäle konzipiert. Birgt natürlich auch Risiko, da will ja kein Student mehr weg. Übermorgen findet hier auf der Messe noch eine ganz wichtige Preisverleihung statt. Der IIT Award wird verliehen. Ein Award, ausgelobt von der Architekten-Fachzeitschrift IIT. Herr Danner, Sie sind da der Chefredakteur. Fast 1600 Projekte wurden eingereicht. Sagen Sie, Sie sitzen ja auch in der Jury. Wie haben Sie eigentlich die Zeit gefunden, die alle durchzugucken? Es war sehr viel Zeit nötig. Wir haben zwei Tage juriert. Zwei Tage a zehn Stunden mit, ich glaube, zwölf Preisrichtern. Die Gewinner stehen ja schon fest, dürfen aber noch nicht verraten werden. Aber können Sie uns vielleicht sagen, gab es da Projekte, die Sie wirklich richtig beeindruckt haben? Wir haben Mühe gehabt, in den mehreren Runden die Projekte auszuscheiden, die nicht in die Endrunde kommen sollten. Am Ende haben Projekte gewonnen, die sich von Anfang an eigentlich schon ein bisschen hervorgetan haben. Man hat es schon geahnt, wer in die Endrunde kommt. Aber es war ein harter Stück Arbeit auf jeden Fall. Der Mann, der hier auf der Messe die Planer und Architekten über die Messe führt, ist jetzt bei mir, Herr Dr. Häusler von der University of New South Wales in Australien. Herr Dr. Häusler, schönen guten Morgen. Die Light & Building, warum ist die überhaupt für Architekten wichtig? Ich denke, die Light & Building ist für Architekten wichtig, weil es die größte Messe ist, die Architekten über Lichtprodukte und Medienfassadenprodukte informiert, welches mein Fachgebiet ist. Und Sie haben ja auch diesen Rundgang mit konzipiert. Was ist denn da Ihr roter Faden? Der rote Faden war eigentlich Produkte und Firmen vorzustellen, die momentan am innovativsten im Bereich der Medienarchitektur sind, deren Produkte in verschiedenen Arten anwendbar sind, in verschiedenen Projekten von großem Innenraum zu Außenraumprojekten. Ich habe auch im Internet gesehen, die Rundgänge sind jedes Mal ausgebucht. Macht Sie das ein bisschen glücklich? Macht mich sehr glücklich. Natürlich, dass ein großes Interesse ist. Ich bin seit den letzten zehn Jahren im Medienarchitekturbereich tätig und merke in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass das Interesse an Medienarchitektur immer größer wird. Deshalb freut es mich, dass der Rundgang ausverkauft ist. Vielen Dank für das Gespräch. Parallel zur Light & Building hat am Sonntag die Luminale begonnen. Das Rhein-Main-Gebiet leuchtet. Und wir haben gestern für Sie ein paar Impressionen eingefangen. Das Rundgang zu sehen, dass die Luminale begonnen hat, das ist der Rundgang, mit dem Daten zu verabschieden. Das Rundgang zu sehen, dass die Luminale begonnen hat. Das Rundgang, die Luminale begonnen hat, wenn es sich nicht mehr so zu können. Was ist das Rundgang mit der Luminale begonnen hat? Das Rundgang mit dem hier von der Luminale begonnen hat sich, wenn es das Rundgang geht, Das Rundgang die Luminale begonnen hat einen schönen. Also, wir können wir nicht mehr so zu Hause, wir können Sie uns am besten zur Erklärung aufwärm, dass wir es geben. Bei mir ist Rainer Bomber, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Wir stehen momentan bei der Energiewende wahrscheinlich noch ziemlich am Anfang. Wie weit sind wir denn schon in Deutschland? Also ich denke, wenn wir uns im internationalen Vergleich sehen, dann sind wir schon ziemlich führend. Jetzt haben wir natürlich im letzten Jahr umfangreiche Gesetzesvorhaben beschlossen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir das, was wir hier als Ziele formuliert haben, zum Beispiel Einsparung von 80 Prozent Primärenergie bis 2050, nachhaltig umsetzen, und zwar im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich. Denn gemeinsam verbrauchen wir hier etwa 70 Prozent der Primärenergie. Da haben wir den großen Hebel. Rainer Bomber, vielen Dank und viel Spaß. Viel Spaß jetzt beim Angucken dieser Exportschlager auf der Light and Building. Ich danke Ihnen. Bei mir ist Dr. Holger Krawinkel, der Abteilungsleiter Bau und Energie, Umwelt vom Verbraucherzentralen Bundesverband. Wir haben gerade vom Staatssekretär Bomber gehört, es kommt da wegen der Energiewende doch einiges an Kosten auf die Menschen zu, auf den Häuslebesitzer und auf den Häuslemieter. Ist aus Ihrer Sicht als Verbraucherschützer die Verhältnismäßigkeit da gewahrt? Wir haben ja mehrere Kostentreiber. Einerseits kosten natürlich die erneuerbaren Energien zusätzlich Geld. Der Ausbau der Netze kostet Geld. Bei der Sanierung der Gebäude ist es so, dass das natürlich Investitionen erfordert, aber die rechnen sich. Das heißt, nach 10, 15 Jahren habe ich das Geld wieder verdient. Das Problem ist aber, dass viele Hauseigentümer auch die Anfangsinvestitionen nicht aufbringen können. Deswegen ist es eben wichtig, dass hier entsprechende Förderungen gezahlt werden. Und wir warten seit letztem Sommer darauf, dass es ein Steuererleichterungsprogramm gibt. Das wird ja zurzeit zwischen Bund und Ländern diskutiert, wie ich finde, etwas sehr lange diskutiert. Aus Ihrer Sicht, welche Impulse kann so eine Messe wie die Light-End-Building beim Thema Energieeffizienz und Energiewende setzen? Es gibt natürlich eine ganze Menge technische Innovationen. Beleuchtung wird immer interessanter, weil die neuen Leuchtmittel auch flexibler sind. Die sind nicht nur sehr wirtschaftlich, weil sie Strom sparen, sondern die können auch flexibler eingesetzt werden. Es gibt in der Gebäudeautomation interessante Entwicklungen, bei denen es den Haushalten möglich wird, immer mehr zum Selbstversorger zu werden. Also das Kraftwerk im Keller oder auf dem Dach. Da brauche ich natürlich auch eine Steuerung, damit ich möglichst viel von dem selbst erzeugten Strom auch benutzen kann. Und ich denke, dass es diese technischen Innovationen gibt. Dafür ist das natürlich hier ein Schaufenster. Es gibt also auch für Sie noch einiges zu entdecken? Auf jeden Fall. Ich würde jetzt einen Messe-Rundgang beschreiten und mir viele technische Innovationen auch ansehen. Das war Tag 3 der Light & Building. Und nachdem wir das Thema Luminale heute schon mal kurz angeschnitten haben, gibt es morgen noch ein bisschen mehr vom Festival der Lichtkultur. Außerdem wird es bei uns extrem stylisch. Wir spüren die neuesten Trends und Designs auf. Hier auf der Light & Building 2012. Und wir freuen uns auf Sie. Und wir freuen uns auf Sie.